1, 0, jetzt kommt Travis! Alles gut! Alles gut! D-Rock, hab ich gesehen, hat auch wieder Steil das komplette Rucksack gehabt. Hier ist jemand! D-Rock! Was denn? D-Rock! Was ist denn D-Rock? Hier war wir die ganze Zeit von der Seite angeschlossen worden. Hm? Oder? Ist es so, dass die Orte jetzt auch eine deutsche Bezeichnung haben, wenn man das Spiel auf Deutsch hatte? Ja, ne? Das war vorher nicht so. Wie heißt das denn auf Deutsch? Äh, Bluefield. Oh, nein. Das ist ja Riesenquatsch sogar. Das ist wirklich Quatsch. Crazy, ne? Hier hat mich Jesus geholt. Jesus. Im, äh, Event. Was? Der Orsch. Der Italiener, der, äh, World to the War, aus dem zweiten geworden ist in der 100k Runde. Ah, welche Ehre. Welche Ehre, oder? Ja, wirklich. Ich habe auch nichts böses gesagt, als ich geschwommen bin. Cooler wäre natürlich, wenn du ihn geholtest. Ne, das wäre noch cooler gewesen, aber ich war eins gegen sein ganzes Team. Eins gegen, äh... Und das wäre natürlich noch cooler, wenn du eins gegen vier geklatscht hättest. Boah, das wäre mein Titel gewesen. Kommt man hoch? Drehen, leichtes Maschinengewehr. Warte mal, die hat ja gar kein Recall. Why not, ne? Falls ihr mal eine blaue K findet, würde ich sie gerne haben. Auf Korrekt. Eine Plattenbox? Plattenbox wäre gut. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, Jungs. Ich versuche umzudrehen und dann knadern wir. Oha. Ähm. Wo? Bei dir da. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, hat das irgendwie gefallen. Oh mein Gott, die rückwarten was war. Ach Phil, oh mein Gott, was war? Ne. Ja. Das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ich kann mich rausdrücken, oder? Ne, ja, ja. Das ist halt komplett Quatsch, dass wir da die fighten. Wir kommen da gar nicht rüber. Ja, ja, ja. Das ist halt komplett Quatsch, dass wir da die fighten. Ich krabbel nach vorne, das war Quatsch. Was seh ich hier? Ich brauche definitiv noch eine andere Waffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist mein Held, ja? Lass dann rein stürmen, ja? Ich glaub das ist eine Flücke. Super fack. Digga, das ist einfach nicht explodiert, ne? Aber siehst du, wie langsam man krabbelt? Wie mit einem Custom-Sack. Ich hab noch einen Cluster, ich hau den Ding jetzt auf den Döds einfach. Ja, 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 mach das. Warte, wenn ich rauskomme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hab das erste Spezialisten-Bonus zu dem Game gewonnen. So, I tried to cross? Ja. On me, zwei Stück? Die war schon ein. Schönes Ding. Phil und Phil sind's, eins in Chat. Digga, die, nein. Nimm mal die, nimm die Waffen mal in die Hand und sag mir, was das für eine geile ZV-Geschwindigkeit ist von der Bren. Das war das letzte Mal, das lieber von dem. Ich wär so ein Metap ins Sky. Nein. Das ist immer wie ein Zettel. Die, ein Zettel ist doch sehr gut sein. Ja, ja, ein Zettel hat es auch da auf dem Zettel. Ein Zettel gut sein? Ja, auf Reisweite ist mal so eine Sache. Okay. Okay. Man findet so viel Geld, Alter. Ja, ja, genau. Deswegen direkt selbst wir bei wollen. Das ist wie ein Shop dahinten. Toll. Die Ruck? Ja. Volls die Ruck. Alles gut! Wo ist den Shop? Shop, Shop, Shop. Ähm, im Nordosten. Was machen eure FPS so? Mehr oder klein? Ah, der ist. Oder weniger. Ich bin doch ein 80er Profi. Naja. Alter, meine FPS, ich wollte ihn dann wissen. Trausam. 230. 230. 230? Das ist, äh, schlecht. Spaß. Wird deine Schwester mit eingeschrieben oder mit zwei eigentlich? Zwei. Boah, okay. Bist du mit eingeschrieben? Ja. Ja, ja. Okay. Warte, wie viel Geld haben wir? Wir könnten... Also... Wollt ihr nicht... Wollt ihr... Euer Lodi? Hat die schon Lodi? Haben wir schon? Wir können auch kein Lodi holen. Da geht sie und... Kommt. Ah, oh. Aber ne Drohne. Das ist jetzt ein bisschen meh. Ich fühl das überhaupt nicht. Ich fühl das überhaupt nicht. Ich fühl das wirklich gar nicht. Ne, es ist irgendwie scheiße. Irgendwie nervt's. Einfach nur... Jetzt ist halt einfach nur langweiliges Warten. Ja. Wie viel sind wir noch? Einer müssen noch... Also Geld haben wir ja. Daran scheitert es ja nicht. Ja, da gibt's immer so... Glaubst ihr, die werden das noch ändern? Safe. Das ist wirklich komplett Quatsch mit dem... Das ist wirklich komplett Quatsch. Ich find's wirklich auch kompletter Quatsch. Da ist es ja schon raus, wenn dieser Modus kommt mit allen Waffen. Dann macht's ja nicht mehr so viel Sinn. Ne, ne. Man kann nur Ding spielen. Ne, ne. Also ich mein, das ist vielleicht ganz lust wegen Waffen-Leveln und so weiter. Aber das ist halt wirklich komplett Quatsch. Ne, das soll in allen Modus so sein. Das passiert ja wirklich nischt. Du kannst ja nischt mehr machen. Einfach 30 Sekunden als warten. Oh, nack'ne Drohne. Immer noch ne Drohne mit. Ich geh nicht zu weit nach vorne. Ja. Ich hab noch ne Drohne. Ich geh ein bisschen über links. Direkt um die Ecke. Nächste. Ist nur Vollflash. Ich hink's nur auf Vollflash. Nein. Da ist wieder drüben einer. Ja, er schießt ja auf uns. Er hat auf mich geschossen, ja. Da ist ein kompletter Müll bei mir gerade. Jetzt können wir da aufhören. Wie der gehandelt wird auf die Kills. Das ist da hinter dir auch. Was? So ein Outgun von der... Mit der... Der kranken Outgun kassiert. Kannst dich anziehen. Hinter uns ist ein Pfeifer. Mach durch. Mach durch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn hier. Ja. Ich hab ihn hier. Ich hab ihn hier. Es war irgendwie schon zu weit. War anerkelig. War kein Weg mehr zurück. Hab ihn. Sniper. Sniper ist glaub ich im Turm drin. Ja. Es fängt an. Es fängt an. Ja. Es fängt an. Ich hätt's eben auch schon auf den großen Videos. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Er ist nicht im Turm. Er ist auf äh... im Headglitz aufm Dach. Kann man da hinfliegen irgendwie? Hä? Es ist ja so easy einen rauszusnipen wenn man so langsam fährt. Ja. Was ist das denn? Nein. Sniper komplett overpowered. Ey. Man fährt so langsam. Hä? Okay warte. Ich muss ihn jetzt snipen. Fürs Team Chat. Er hat Twitch im Namen. Doch da ist er. Ja hab ich gesnipet. Aber ich bin hier safe in der Ecke. Ich bin hier äh... Ich bin hier ähm... Draußen unterm... Unterm... In der Ecke. In dem Winkel. Oh Gott. Oh ne. Geh weg. Könnt ihr den nochmal live mackern wenn ihr ihn seht? Ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja. Das war der aber nicht. Big, 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 big. Das war der nicht? Ich glaube nicht. Warum denn da noch einer? Oh, auf jeden Fall. Ja, aber einer ist runtergepusht. Den hat ich One Shot geschossen gehabt. Und der ist... Achso. Das war der nicht. Sniper, glaube ich, ist Pflicht. Also... Sniper, glaube ich, ist Pflicht. Es ist... Aber du hast Geisteskrank. Aber ganz viele sagen, dass es auf PS5 voll verpackt ist, ne? Das ist komplett verpackt, das Spiel. Scheiße. Also... Ich hoffe, dass meine PSA geht jetzt mal die Runde, ne? Boah, die Stings fühl ich geil an die Endzeit. Hm. Also mit der Ohne habe ich gerade komplett ein Gunfight gezeugt. Die hat es nicht so nice angeführt. Und wir wissen ja, die Waffe ist schuld, wenn ich den Gunfight... Ja, hol mal Self und Drohnen, Jungs. Von Mädels. Mhm. Ich hab 24.000, das ist ja albern. Alter... Fuck dir mit 33.000, Junge. 50.000, oder? Äh, hier hast du ein bisschen was? Tigger. Guck dich das an. Was war denn das? Da war einer. Da kannst du mir noch ganz kurz ein bisschen Money droppen für eine Drohne. Ja, hinter dir, hinter dir, Alika. Ja, das ist beständig. Da liegt doch noch 8.000. Ach so. Wo kam das denn auf einmal her? Ja, ich hab das da hingeliegt. Ja, dann lass ich das hier liegen. Oh ne, nicht das. Ne, 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 nimm das Geld jetzt mit. Hier liegt ne NZ. Ja, hier. Hat einer von euch gerade geschossen? Ne. Hau rein, wir hoch, ciao, ciao. Oh, goldene chest. Mal ein bisschen wie ein Gain. Ist schon nice. Warte, ich setze Drohne ein. Ich glaub im Tower. Ja. Wir haben Kameran. Wie fliegt man denn? Ey, bei mir poppen einfach nix zu. Ich komm doch durch die Wampse. Oh nein. Minecraft. Ich hab' da oben. Der war da oben. Hau rein, das ist Jojo. Oh, der Kneipp. Oh, 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 oh. Ach, Jungs. Wie fliegt der mit diesem Kack-Flugzeug hoch? der oben der ein paar hits er sind wir ein bisschen nach hinten gegangen er ist nach ganz oben gegangen nach ganz oben also erst erst jetzt da haben wir noch eine drohne hat gekauft hat gekauft hat gekauft aber es ist ja eigentlich schon quatsch dann kampf aufklärung er hat zu viel geld wirklich und das ist unglaublich das ist ja das ist ja völlig das ist völlig bescheuert da lege ich mich jetzt alles wackelt wenn ich schieße das ist so schlecht eine drohne man muss die krank auf präzision bauen das kann ich schon mal sagen also scheiß auf mobility wirklich komplett präzision ist so wichtig weil sonst siehst du wirklich gar nichts willst du mal meinen mg 42 benutzen weil du gerade meinst du siehst nichts ich hab mir einen sniper von den aufgerufen ich hab wirklich geschossen mit der waffe und die ist wirklich so umgesprungen ja ich glaube die boden die bodenwaffen sind kompletter quatsch das weiß ich nicht also geld liegt auf jeden fall zu viel ja das ist also bei mir ist die ja also geld ist zu viel schuss verkauf geht zu lang ich spiel gerade ich spiel auf tiktok nein wir haben das geld angepasst ich kann unter die map gucken ich hab kein audio mehr mein spiel ist abgestürzt nein ich war jetzt komplett ernst ne oh ne das ist so scheiße das kann doch nicht sein oh nein nehm uns ich glaub schon ich glaub schon ich geh davon aus haben wir drohen ne jetzt oh stark ganz starke drohne death-error death-error nein es ach mann er spielt auch äh dings oh das ist ein ganz tief von uns ja anja rück zurück 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 ja 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 wir müssen so laufen zurück zurück hier runter ja ok ok ach du scheiße what the fuck ja ja lass da ins haus oder so nix nix nada gar nicht so ein geiles haus die fenster sind irgendwie so richtig ja gar kein geiles haus aber stange mit 17,6 tschau'n erfolge raus mit dieser aktion stange ich danke dir die 17 euro man das ist der bei den ne wir haben keinen mehr ist immer noch da im haus ach die ja ganz rüben mal halt ne das war's äh ja scheiße vielleicht kriegen wir den vor uns im haus äh alina die weiße kugel ist doch schon da ist doch all das ist anscheinend also ich weiß nicht obwohl die können ja eigentlich kein blumen haben oder bei den wengert haben die war von blumen ich weiß nicht ob der alleine ist war das nicht das haus wo nur ein da war ein ganzes team drin nicht dass die alle ghost sind ja selbst stange wirklich geisteskrank nee von ich sehe ich sehe einen wir können glaube ich hier geht's dir nach oben ne ne leider nicht der kommt der kommt weg nein peter alter ich bin safe aber also ich mach safe survive naja ich bin tot ach nein ah lag die eine war noch von denen oh ne alter ich hab gar kein leben ich kann nichts machen nein ich bin wegen brandmültig zungestorben wie viele das sind da kommt mein ganzes team runter gehts eigentlich viel gut ne hier gehts gar nicht gut ach ne das war das team von oben ne ich bin gerade 100% nur wegen brandmültig gestorben unten kommt die gurke rein und da ich geh kurz in das haus weil ich glaube meine waffen sind hier ja ich hab plattenkiste komm her ich hab bazooka wenns brenzig wird er werden gepusht ich guck rechts ich sehe einen ja er ist in das hausgang reingang weil der hatte mich da er ist oben raus geschwungen sind zwei mindestens ja ja ich weiß nicht ob die da fighten oder ob die uns suchen die könntet mich kaufen im shop hinten die suchen mich ja gib mir das geld gib mir dein geld ja hier ja bin tot bei mir nein ich bin grad weg hab einen noch warte ich land bei dir hab einen nein einer ist direkt noch bei dir noch einer ist direkt bei dir Annika wenn du grad komm zu mir nein hab einen noch Robo mann einer ist vor dem haus noch der kriecht herum meine waffe finde ich den ich hab mich gar nicht gesehen hier braucht irgendwas auf schade weil euch das video gefallen hat lasst gerne mit einem Daumen nach oben und ein Abo da Gruß geht raus Gänsehaut haben wir an da haben wir an Gänsehaut